Mein Name ist Jovan Jovic und ich bin Torwart beim KFC Wieden. Mein größter Erfolg im letzten Jahr war es, beim VfL Bochum in der Profimannschaft mitzutrainieren und jetzt hier beim KFC so viele Spiele wie möglich zu machen. Meine Ziele für dieses Jahr sind den Klassenerhalt und meinen Kasten sauber zu halten. Ich freue mich auf eure Stimmen, jetzt hier abstimmen!